shit oh der war ja doch wehgetan battle strom battle battle time herzlich willkommen zurück zu einer neuen episode battle mit dem spiel nidhawk heute richtig wir treten mal wieder gegeneinander an weil es wurde mehrfach gewünscht und wir haben ja auch mal versprochen gehabt wir wollten das eigentlich jeden monat raushauen ja wir gucken wir tun was wir können und jetzt haben wir noch mal 1 und zwar nidhawk vielleicht haben es ein paar von euch schon gehört wird momentan so ein bisschen gehypt ist ein paar youtuber spielen das schon man muss eigentlich immer gegeneinander fighten man hat so kleine fechtmännchen es ist quasi und fechten genau und richtig und wenn man gewonnen hat dann muss man ein screen weiterlaufen und das ziel ist es halt im endscreen des gegners zu landen genau also man macht einen fertig und läuft aneinander vorbei und dann hat man gewonnen kennen nur die schlosswelt haben kurz alle moves getestet und dann würden wir sagen das haben doch auch irgendwie auswählen oder hier ja kassel und ja du kannst doch ja eigentlich kann man doch noch mehr machen da hier ach aber wir kennen halt wir machen erst mal kasse best of 5 runde 1 battle nummer 4 beginnt jetzt so ich bin orange genau und ich bin ich bin ich bin gut weil wir mal kurz reinkommen und dann würde ich sagen 3 2 1 los geht's ach so mal cool da muss man muss erst mal okay jetzt habe ich kalt gemacht nein also wie ihr seht wenn der simon den gelben pfeil hat dann darf er sich bewegen und ich bin auch den orangen hohohoho alle oh oh das wäre auch du darfst aha nein na shit im bauch habe ich dich gestorren zack man hat mich niedergemetzelt was ja wer ist das denn gemacht yes und da ist das erste screenwechsel ach du mo kind aber du kannst nochmal schnell zurück shit wieso bin ich denn jetzt links gesporent oh und was du helf zack und in die fände ach krrr ich habe kein schwert oh hohoho ja deswegen war ich dann ein bisschen was ich springe im ende dein schwert rein ich kann das auch siehst du ich kann das auch siehst du nein ich bin hier oh gott du wirfst so oft man darf nicht so oft auf eine screen oh fuck siehst du guck da werf ich und dann ist bleibst du wohl da weg shit oh der mal der hat auch weh getan ne ach das ist so scheiße das ist vorbei rollen oh shit hallo ich dachte schon ich wollte gerade sagen ey ich dachte schon und ne alter da wollte ich an die vorbei ey wie lust oh shit hallo alter what the fuck starke aktion ja richtig stark ja das war nix ja was wird ohne schwert machst du doch eben gar nix oh einfach weiter einfach weiter einfach weiter einfach weiter kacke bleib doch stehen einfach weiter weißt du das ist ja nur gerecht das ist ja nur gerecht das der verfolger an tippt das stimmt du bist einfach schwer oder alter hab ich viel gemacht oh wie scheiße hab ich viel gemacht gerade oh gott ja ja das ist nichts oh gerade ja hallo was machst du denn da nein 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 das ist doch echt nicht okay das ist doch nicht okay nein 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 was 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 sagt das denn ja das war ja bei mir eben auch so hallo guck das ist weiße das ist kacke das hab ich aber jetzt schon zweimal ja shit oh 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 nein ja fuck yes ja gut und da geht der erste screen ja da wird man von so einem schönen Wurm gefressen oh nice da geht der erste an simon suicide Oh 13 kills beide runde zweiten ich hab zwei suicides so dann jetzt die eh meinte genau die kennen wir jetzt nicht alter was mach ich denn dort fuck komm ich komm noch mal ich komm noch mal ja und links ey rechts kamste wieder beteuert hallo Alter, what the fuck? Ah shit. Ja, ja, ich wollte was sagen. Hallo? Wie ist denn? Ja, fuck. Wie ist denn jetzt, sagst du? Weißt du, es gewinnt doch immer nur der, der am Anfang verkackt. Wieso wirft der denn? Scheiße. Yes. Ah, das ist, oh, dann, ja, genau. Ein Final Screen schon. Ja, supergeil. Supergeile Dreckskacke. Ja. Runde 3. Oh, dann, danke, dann krieg ich noch eine Chance zum Aufholen. Jetzt machen wir mal Dingens. Wilds. Wilds, 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 wilds. Weißt du, ich find das wieder so lächerlich. Ich hab einfach ein Problem, wenn es um den Scheiß dann geht. Wir haben vorhin getestet, da hab ich alles gewonnen. Und, und dann, und wenn es, und wenn es um die Scheiße geht, dann, dann macht er das immer. Das ist unfassbar. Ist nicht okay. Ja, guck, und wenn ich werf. Oh, guck mal, ein Rad. Was machst du denn, man? Was ist denn los? Oh, nein, du, es geht. Hör auf, Scheiße zu machen. Das ist nicht okay. Ja. Ja, und da, warum erwischt der dich denn da nicht? Nein. Scheiße da. Ja, genau. Nein, nein. Oh, 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 oh. Oh, da hab ich das im Rad. Oh, du hast mich auch erwischt. Echt? Ja, krass. Oh, Scheiße. Kakafu. Das dumme ist, wir kennen halt auf die Hände nicht. Oh, in den Rücken. Natürlich schon gemein. Ich hab das Schwert hinterher geschmissen. Oh, da hab ich mich aber gut weggerollt, ne? Oh, Scheiße. Ja. Oh, hab ich noch gerettet, ey. Ja, hallo. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, weißt du, hier. Oh, da hast du. Ich hätt einfach rennen sollen. Ich dachte, ich überlebe das. Oh, ja, klar. Wo wir fährt er denn hin. Oh, right, my fuckers. Ja, und wie geht das hier gar nicht? Ja, das ist so eine Scheiße. Oh, ja. Weißt du, wie schlecht kann man denn sein, ey? Ey, so eine Wichse, das ist doch so eine Dreckskacke. Weißt du das? Hättest du Glückwunsch, Arschloch. Alter. Der wird ja voll am Durch. Ich bin nochmal dezent durchgefressen. So eine Scheiße, weißt du? Da denk ich mir, das Ding kannst du mal gewinnen und dann mach das. Ja, klasse. So eine Dreckskacke, ey. Nach meiner unglaublich genialen Niederlage gerade eben befinden wir uns jetzt hier bei der Bestrafung. Wir haben noch gar nicht gesagt, um was es geht. Es geht hier drum, die Zimt-Challenge. Also quasi versuchen, einen Löffel Zimt runterzubekommen. Soll nicht möglich sein. Wir werden es gleich sehen. So, wir haben jetzt hier den Zimt. Den schneiden wir natürlich auch direkt auf. Und dann kann sich der Sepp eine schöne Portion auf den Löffel laden. Oh ja, das muss schon ein ordentlicher. Macht gut. Alter. Na gut, du kannst dir eh gleich aufpassen. Ja, ist okay, oder? Ja, ich denke auch. Okay. Ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Ja. Here we go. Piedido. Alter. Alter, Alter. Alter, was ist? Ich brauche, hol mir bitte Wasser, mein Mund. Hol mir bitte Wasser. Hol mir Wasser, ich komme rein. Du riechst nach Weihnachten. Ich brauche Wasser. Kinder, macht das nicht so aus, ne? Und jetzt wird doch noch scharf, ey. Ich muss Wasser ausgeben. Gut, ähm, ja, das Üble daran ist, man nimmt das Ding, das ist total abgefahren, man nimmt das Ding in den Mund, man weiß halt, wie Zimt schmeckt, ja? Das Problem ist, wenn man so eine Portion Zimt in den Mund nimmt, die zieht, wirklich, du merkst, das ist so krass, in einer Sekunde ist komplett der gesamte Speichel weg. Also alles. Du nimmst das Ding in den Mund, zack, ist der Mund komplett trocken und du hast das Zeug zwischen den Zähnen und der Lippen. Und du findest, du kriegst es nicht weg, du kriegst es nicht weg. Willst du auch Wasser auch mal testen? Ja, ich testo auch mal. Ja, geil. Let's go. Oh, ich mag nicht. Wow, Alter. Wieder ekelhaft, ey. Aber du hattest noch, ist... Wow. Das ist schon abartig. Er hatte nicht genug, dass er... Also ich hatte halt so viel, das musste raus. Das ging nicht, weil wenn ich das runtergeschluckt hätte, wäre ich erstick. Das ist total scharf. Ja, das wird scharf jetzt, gell? Das wird scharf. Ja, ich hab ja jetzt schon frei... Das ist auch... Es ist eine andere Form von Qual, aber... Boah, Alter. Das ist auch richtig ekelhaft. Ja, dann würde ich sagen, äh... Oder willst du die Abmoderation mitmachen? Ja. Gut. So, das war's von der Bestrafung. Ich hatte sehr viel Spaß. Obwohl ich's auch ausprobiert hab, aber ich... Ja. ...muss das auf jeden Fall mal ausholen. Also, ich sag mal, es ist, wenn man sich zwischen den Fingern schneiden lässt, das ist übler. Aber es ist auch mit dem Zimt ein richtig unangenehmes Gefühl. Und das will man nicht nochmal abnehmen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, sowohl das Spiel als auch die Bestrafung, gerne ein Däumchen da lassen. Abonniert uns, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Alle Infos gibt's wie immer auf Facebook. Äh, Twitter, Instagram haben wir auch alles. Wir haben abchecken. Links unten in der Beschreibung. Und dann würden wir sagen, hau da rein. Bis mal. Bis zum nächsten Mal.